Wir haben uns auf der zweiten Partei! Schönen Sieh, gut! Jemi, was passt denn jetzt mit dem Schien? Ja, das ist so, ich hab nichts, ich bin zu fad. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden. Ach du, lieber Gott, ich hab mich schon aufstehen so. So, Siehste? Agora und Uhu, wir sehn wieder hei, entgegnet ist der Feier, da sehn wir da wei. 22-Jahr-Geburtstag, dat ist der Clou, die Fasernacht, die hält Usu. 22-Jahr-Geburtstag, kaputte Knie und dolle Schwert, oder nicht egal, wir gehen hei, alles. Wir atmen auf, die Fasernacht ist gewett, wir haben ein Prinzgefahr, wir sehn komplett. Ob wir sie passen können, das war uns mit Jungen. Wir haben gedacht, es wäre nun. Doch da konnten wir aus der Bewerbung fast nicht mich retten. Knäderle waren dabei, aber auch nette. Deckel, Dine, Junge, Aale, es war doch wirklich netze Klare. Humor an uns auch, dat war uns wichtig. Denn wenn man so etwas möcht, dann möcht man richtig. Ah, Pärsche war ganz gut im Rennen. Aber der war noch kein Zefter, der war nun die Schäden wegbringen. Was? Ein Schäden? Ja, dass man wusste netze Ware, von Kuchen bis nur Zauberl, sie war uns Ware. Da hat uns nicht eine Gemäld, ne recht ganz große Schrage. Aber, da kann die Prinzessin netter da her. Dann war der Aken. Ohne Tremmer, Tärsche, haben wir direkt wieder herangeschickt. Was? Die Storbel schon wird für die Amontur in der der aller Fabrik. Am letzten Tag hat es doch nicht zu spazen. Es kam in der Nacht, wo wir uns holen, es macht das nicht klasse. Ein Pärsche-Sushi, das ist witzig und keck. Und ihr habt auch noch zwei Dosen Tulpenzimmern im Gepäck. Ich habe vor von denischen Gold-Ideen, wenn die A-Locki, da sind das sehr. Das war doch noch ein anderer Grund. Der KC feiert Geburtstag und der Gerne träumt. Der Zweie-Gobus, dann kämpft mich auch frei. Wir sind schließlich von einer Verbrotterbein. Schaut, Timo, Tiffa, Herr. Das ist letzte Phase. 22 Jahre. Und immer noch erste Klasse. Doch wenn man auf den Geburtstag geht, da schenkt man auch einen kleinen Statt. Ein Klärgeschenk will mir zwei Echt überreichen. Wir schenken euch etwas, da kann man nicht karen. Bis gleich, da kommt dann noch mal so richtig Lade. Ladies and gentlemen, extra eingefroben für Sie heute Abend hier in der Nahaller-Hediger-Heiler Mrs. Yeti Monroe. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday to you. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.